Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 12 unserer 100 Baby Challenge mit unserem Materialchen 3, unserer lieben Odette. Die steht hier im Bikini, ihr geht's total schlecht, aber in der letzten Folge ist unser Edrien zum Kind geworden, der kommt gerade aus der Dusche raus und wir hoffen natürlich, dass er uns hilft bei dem Chaos, wie es in unserem Haus ausschaut. Da sind die Staubmäuse unterwegs, hier schaut's aus und deswegen starten wir jetzt gleich mal in die Folge rein. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir gucken mal, also unserer Odette geht's ganz schlecht, unserem Edrien geht's auch nicht besser, aber der soll trotzdem mal bitte Staub saugen. Kannst du das mal machen, dass wenigstens die Staubmaus verschwindet, das wäre sehr nett. So, und unsere Odette, die kümmert sich hier gerade um die Kinder. Oje, oje, gibst du ihm was zu essen? Herumtollen, was machst du mit ihm? Ah ja, okay, es gibt Essen, das ist sehr schön, wenigstens einer wird versorgt. Unser Edrien hat absolut dollen Hunger. Es gibt keine... Doch, wir haben hier Reste nehmen. Edrien, steh mal auf, nimm dir mal Reste, dass wir den erst mal in die Ordnung bringen. Dann kannst du hier mal aufräumen, wenn du das gemacht hast und dann kannst du auch schlafen gehen. So, Odette, und mit deinen Kindern kommst du klar? Äh, na toll. Es geht gut los. Sie ist wieder umgefallen. Wir haben Montag 18 Uhr und wir gucken mal in den Kalender. Am Mittwoch haben unsere Säuglinge Geburtstag. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die noch irgendetwas lernen an ihrem Geburtstag. Bin ich sehr gespannt. So, ihm geht es schlecht. Oh, oh. Und auch ihm geht es eigentlich ganz gut. Aber er kann nichts machen, weil der hier liegt. Kann der was machen? Herumtollen. So, was denn mit dir? Du konntest mal die, Odette, du musst jetzt so den kleinen Matze mal baden. Halt, stopp, ich habe es nicht umgeschaltet. Odette. Und zwar, wir warten, das ist Billy, glaube ich, oder? Oh, der schläft jetzt. Ne, Bennet. Okay. Ja, dann wird jetzt Billy gebadet. Ist auch wurscht. Das ist zwar so sinnlos wie ein Kropf. Nein, macht sie sowieso nicht. Sie steckt den ins Bett. So, wie geht es denn unserer Bella? Die braucht was zu essen. Still die mal. Warum kannst du die nicht füttern? Füttern, hier. Stillen. Die will da immer mit diesen Dings da fahren, weil sie Spaß braucht. Ja, verstehe ich. Ja, aber geht nicht. So, Edrien sieht etwas freundlicher aus. Ist aber auch zusammengeklappt. Aber der kann gleich schlafen. Der hat zwar keine Hausaufgaben gemacht, aber das macht jetzt nichts am Anfang. Das kriegt man dann schon. Hoffe ich jedenfalls. So, und wir hoffen, dass unsere Odette noch überlebt die nächsten Tage. Bis dann die Kinder wieder essen können. Wir haben Rabatttag. Da können wir vielleicht was kaufen. Wie viel Geld haben wir denn? 1709 Simoleons. Aber ich glaube, wir haben schon einen gekauft. Oder wir tun hier vielleicht den Tisch kaufen. Das könnte man machen. Einen Staubsauger brauchen wir doch. Das machen wir. So, dann bade mal die kleine Maus. Okay, sie macht das jetzt. Das ist sehr schön. Ja, und hier könnten wir dann den Staubsauger hinstellen. Das werden wir auch machen. So, die Maus ist gebadet. Dann setz die mal da ab unter diesem Spiele-Ding und nicht immer irgendwo, wenn es geht. Wieso bist denn du immer noch so stinkig? Sie hat sie natürlich nicht gebadet. Hallo? Du sollst sie baden? Ach Gott, jetzt fällt sie erst wieder um. Oh je. Naja, während die umgefallen ist, würde ich sagen, gehen wir mal schnell ins Baumenü, damit wir hier diesen Dreck verschwinden lassen können. Und holen mal einen Staubsauger. So, wir haben hier diesen hochwertigen Staubsauger. Da haben wir jetzt zwar nicht mehr viel Geld, aber das macht nichts. Ich hoffe, das hilft uns ein bisschen. Kannst du ihn hier einstellen irgendwie? Einstellungen, jawohl. Automatische Reinigung ein. Super. So, dann sollte das gehen, wenn sie aufgewacht ist. Soll sie nochmal schnell... Naja, angeklickt ist es noch. Schauen wir mal, ob sie es jetzt macht. Komm, bade mal. Die kleine Maus, die stinkt zum Himmel. Super. Sehr schön. Und dann hoffe ich, dass sie mal wirklich ein kleines Stück schlafen kann. Das wäre wirklich super. So, und schafft ihr das ihr zwei? Ja. So, sie ist fertig mit baden. Es wäre jetzt schön, wenn du sie absetzen würdest, ja. Und sie geht zum nächsten. Ah nein, sie packt sie ins Bett. Naja, gut, okay. Dann eben ins Bett. So, und was möchtest du mit ihm machen? Nach Säuglingssehen. Irgendwas stört mich hier. Aber was stört dich, Kindchen? Mal schauen, wo sie ihn jetzt hintut. Sie füttert ihn, oder? Ja. Okay, gut. Aber dann soll sie selber essen. Es stinkt hier wirklich fürchterlich, aber sie soll selber essen erst einmal. Geht denn dieser Staubsauger los hier? Hallo? Alle 24 Stunden. Ich glaube, da müssen wir alle 12 Stunden reinigen. Und dann eigentlich könnte sie erst einmal den Reinigungsvorgang überhaupt starten, weil sonst wird das nie was hier mit Sauberkeit. Und dann soll sie schlafen. Und dann hoffen wir mal, dass keines der Kinder irgendwie hier Randale macht, sondern sie wirklich mal ein bisschen in der Mütze schlafen bekommt. Das wäre schon schön. Wo guckst denn du Fernsehen? Kannst du von hier oben nach da unten Fernsehen gucken? Oder wie ist das? Ach, sie hat die Musik angemacht. Okay. Also gegessen hat sie jetzt nicht wirklich. Ich tue das jetzt mal hier rein. Sie muss schon wieder aufstehen. Warum gehst du nicht ins Bett? Jetzt schlaf dein erstes Mal. Es hilft ja alles nichts. So, also wenigstens einer arbeitet gescheit und das ist unser Staubsauger. Das ist schon mal nicht schlecht. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr hier brauchen. Aber da müssen wir erstmal unseren Geldbaum wieder ernten. So, jetzt schläft sie. So, der Rabatttag war grauenhaft. Das ist komisch. Und sie muss schon wieder aufstehen und den kleinen Billy was zu essen geben. Und dann danach muss der in die Badewanne. Der stinkt nämlich zum Himmel. Ein bisschen konnte sie schlafen. Sie ist ein bisschen grün. Es ist in der Nacht. Dienstag 2 Uhr 34. Also nicht wirklich kann sie sich da wirklich ausruhen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Aber wenigstens hat unser Staubsauger seine Dienste getan. Und haben hier jetzt wieder ein bisschen einen sauberen Boden. Wir haben hier auch Wäsche. Ich glaube, dieses Waschen stelle ich aus. Das schafft sie ja nicht. Mal gucken. Ich lasse es mal noch ein bisschen. Aber das werde ich wahrscheinlich ausstellen. So, der kleine Mann ist gefüttert. Und geht jetzt hoffentlich gleich baden. Wenn du das auch der Reihe nach machen würdest, Odette, wäre das auch nicht schlecht. Weil jetzt steht sie wieder da und macht nichts. Noch mal still. Du bist ja wahnsinnig. Jetzt hör mal auf. Das Kind ist satt. Das muss gebadet werden. Und es wäre wirklich nett, wenn du mal das machen würdest, was ich dir sage. So, jetzt. Unsere kleine Bella ist wach. Der geht es aber gut. Die muss er als nächstes füttern. Dann kann sie Billy dann hier absetzen. Meilenstein freigeschaltet. Bla, bla, bla. Duck, duck, gaga. Ist das simmlisch? Nicht ganz, aber es ist schon nahe dran. Dann, Bella beginnt, ihre Gefühle auf elementare Art auszudrücken. Kontakt zu anderen Sims, Stofftiere und so weiter und so fort. Also wir haben einen Meilenstein. Da können wir dann auch noch mal nach unseren Meilensteinen gucken. Kurz bevor sie dann Geburtstag haben. Ja, aber Gott sei Dank erst morgen. Oder soll ich nicht sagen, Gott sei Dank. So, sie setzt ihn ab. Dann kann sie hier die kleine Maus stillen. Und du, Billy, du könntest jetzt mal hier ein bisschen spielen. Spielzeug ansehen. Genau, mach das mal. So, und hier wird die Maus gestillt. Und dann kommt die da hin. Der geht es eigentlich recht gut. Und dann kann unsere Odette essen und sich noch mal ein bisschen hinlegen. Sie hat es wieder nicht gemacht. Kannst du sie bitte hier reintun, wenn du fertig bist, dass die noch ein bisschen spielen kann? So, sehr gut. Und dann isst du jetzt. So, schon viel besser. So, und du, kleine Bella Maus, kannst du hier Spielzeug angucken und mit den Spielsachen spielen. Und du, kleiner Mann, kannst du vielleicht ein bisschen herumtollen. Und dann kann unsere Bella noch ein bisschen herumtollen. So, und wie geht es unserem Bennet? Der Bennet hat Hunger und muss dann auch geduscht werden. Beziehungsweise gebadet werden. So, Odette hat jetzt gegessen. Dann stille ihn mal. Meilenstein freigeschaltet. C in den Mund freigeschaltet. Bella, super. Ah, sie spielt da schön mit dem... Sie spielt da schön mit dem Ring. Das musste ich gleich mal festhalten. Wird wohl doch noch was aus unseren Kindern, oder? Also, ich hoffe es jedenfalls. So, dann kann sie jetzt noch den kleinen baden. Bennet, ne? Genau. Stopf den mal bitte in die Wanne. Unser Etrien ist wach geworden. Guten Morgen, Etrien. Nimm dir doch gleich erst mal was zum Essen. Wir haben noch Reste im Kühlschrank. Kannst du dir was holen, Mäuschen? Es ist sechs Uhr achtzehn. Und hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein, Mama. Dann mach mal noch deine Hausaufgaben. Die Schule geht gleich los. Ja, Mama, mach ich. Ich esse erst mal und dann mache ich gleich meine Hausaufgaben. Super, du bist toll, Etrien. So, setzt ihn mal bitte da ab. Sie schaut hier nach der kleinen und setzt ihn mal bitte dort ab. Komm, mach mal. Wir müssen dann noch aufräumen, dann musst du wieder schlafen. Wirf das mal weg. Ist die Wäsche, können wir die noch hier reinpacken? Oder läuft das dann über? Das läuft dann über. Na toll. Ja, sie schafft die kleine Maus erst mal noch ins Bett. Etrien muss in einer Stunde in der Schule sein. Ich hoffe, der geht alleine. Aber ich denke schon. So, kannst du jetzt mal hier diesen Saustall aufräumen? Das wäre auch nicht schlecht. Super, aber ich denke, der Staubsauger hier für die obere Etage reicht. Super, dann kannst du hier mal noch schnell den Topf sauber machen. Der stinkt nämlich auch fürchterlich. Geh mal nicht runter, mach das mal da oben. Und dann geh mal bitte noch schlafen. So ein bisschen wieder zu Kräften kommst hier. Wir kriegen von unserer Außenwelt nichts mit. Meilenstein, 10C in den Mund freigeschaltet, Bennet. Da könnten wir ja mal nach unseren Meilensteinen schauen. Während sie schläft. Wo gehst denn du schon wieder hin? Halt, stopp, du sollst schlafen gehen. So, gucken wir uns mal die Meilensteine. Äh, wieso bin ich? Ach so, weil ich jetzt bei der Odette war. Also, Bennet. Erstes Bad hat er. Feinmotorik hat er. Hier hat er bei der Grobmotorik noch nichts. Äh, geboren ist er geworden. Und zum ersten Mal gelächelt, guren gelernt, lachen gelernt und so weiter. Also, das hat er schon. Aber Grobmotorik, also sowas hat er noch nicht. Das müssten wir natürlich noch schaffen. Dann hätten wir für jedes einen Meilenstein. Denn ich denke, das ist so schon schwer genug. Es wurde auch gesagt, dass das eine gute Idee ist. Vielen Dank an dieser Stelle für eure lieben Kommentare. Und ich habe auch schon Namen bekommen für das nächste Kind. Allerdings, ich weiß gar nicht, wann wir das machen sollen. Also, auf jeden Fall haben wir hier, fehlt noch Grobmotorik beim Bennet. Dann gucken wir uns mal den Billy an. Der hat erstes Mal. Dann hat er auch Feinmotorik. Dann fehlt dem die Grobmotorik. Und, aber bei Sozial sind die ganz gut dabei. Es ist auch sehr schön. Ja, allen fehlt diese Grobmotorik. Das ist mit dieser Bauchzeit. Und da hat halt die Odette relativ wenig Zeit. Ja. Die sind eigentlich trotzdem, muss ich ganz sagen, ganz gut dabei. Trotz, dass wir drei haben. Odette geht es dafür natürlich extrem schlecht. Ich hoffe, die kriegt jetzt nochmal eine Mütze Schlaf. Und wir gucken mal nach unserem Adrian. Oh Adrian, du musst in die Schule. Tschüss, schönen Schultag. So, also ich glaube, das Wäschepack, das stelle ich aus. Das habe ich sonst bei den anderen Materialchen dann auch ausgestellt gehabt. Da werde ich mal die Sachen hier entfernen. Ich gehe mal schnell ins Baumenü. Ich habe jetzt mal alles aus dem Pack entfernt mit dem Waschtag. Und ich hoffe, dass wir da jetzt weniger Sachen haben, dass das geht. Also Waschmaschine, Wäschekorb und Trockner habe ich weggetan. Adrian, du sollst in die Schule gehen. Hallo? Der rutscht hier draußen. Wir müssen das ausstellen, glaube ich. Ich habe hier immer noch Wäsche. Gehst du jetzt in die Schule, Kind? Hier liegt auch Wäsche. Okay, also er geht jetzt in die Schule. Ich tue die Wäscheberge nochmal schnell wegmachen. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier irgendwo noch so einen Wäschekorb haben. Da ist aber nichts. Weil irgendwie schmeißen die immer noch Wäsche in der Gegend herum. Müssen wir mal gucken, ob uns noch eine auffällt. Aber ich habe jetzt mal alle Wäschesachen entfernt. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Denn sonst habe ich doch auch die Verschmutzung ganz normal angehabt. Und die Wäsche ging. Naja gut, werden wir sehen. So, es ist Post gekommen. Die Mannschaft schläft. Sehr schön. So, und der erste Schreihals wird wach. Aber unsere Odette ist diesmal etwas fröhlicher unterwegs. Muss ich ihn füttern? Ja. Fütter mal bitte den kleinen Bennet. So, sie füttert jetzt den kleinen Bennet. Und dann gucken wir mal, was hier für Post gekommen ist. Post holen, da kriegen wir Geld. Und dann wäre es nett, wenn du mal unseren Geldbaum abernten würdest. Kann sie nicht, weil sie zu angespannt ist, um dies zu tun. Ei, 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 ei. Wir sind aber auch arm dran. Wir kriegen nicht mal Geld, weil wir zu angespannt sind. Da soll sie doch dann, ähm, was könntest du denn mal kurz machen, dass es dir gut geht. Vielleicht soll sie auch mal mit dir rutschen rutschen. Vielleicht kriegt sie da Spaß. Ich probiere das mal. Ein wunderschönes Häuschen. Sieht richtig schön aus, da finde ich. Also mir gefällt es richtig gut. Ich finde es nur schade, dass wir die ganze Zeit mehr oder weniger drin sind. Weil wir ja mit unseren Kindern darum tun müssen. Oder wollen natürlich. Wir wollen ja die 100 Babys schaffen. So Odette, und was bringst du Schönes aus dem Papier, äh, aus dem Papier, aus dem Briefkasten? Während sie da rutscht, kann man mal hier einiges verkaufen. Und da mal alle ankommen. So, ich glaube, unseren Staubsauger kann man auch verkaufen. Den braucht man nicht mehr. Ah, den kann man nicht verkaufen. Den müssen wir im Baumenü machen. Okay, gut. Dann machen wir das im Baumenü. Auch nicht schlecht. So, wie geht's dir? Ah ja, da kriegt sie Spaß. Das ist sehr gut. Aber diese blöden Klamotten liegen immer noch hier. Nacht durchschlafen freigeschaltet. Na toll. Super. So, ihr geht's jetzt eigentlich recht gut. Wir haben Odette wieder auf einem Stand, wo wir sagen können, jawohl. Da werden wir gleich mal hier alles verkaufen. Jetzt Schluss mit Rutschen. Hey, hörst du jetzt auf mit Rutschen? Die kriegt gar nicht genug. Hallo, stopp. Warten in der Schlange. Nix da. Geld brauchen wir. Dann kannst du hier jäten. Da haben wir heute sogar mal ein bisschen Zeit für unsere Gartenarbeit. Edrien ist heute mit der Schule fertig. Er hat zufriedenstellende Leistungen. Okay, er sollte zusätzliche Arbeit machen. Gut, Edrien, wie geht's dir? Wunderbar. Bevor du Spaß hast, machst du bitte schnell deine Hausaufgaben. Und was hat er hier? Schulzeichnung von Edrien. Ach süß. Die hängen wir doch gleich auf, oder? Ja, wir haben noch wenig Schmuck an unseren Wänden. Hat er für seine Geschwister gemalt. Da können wir hier noch ein bisschen was aufhängen. Hallo, können wir die aufhängen? Ja. So, wie schön. Also, Popcorn tust du jetzt bitte nicht essen, sondern du machst hier mal ein Gericht vorbereiten. Beziehungsweise Reste nehmen. Ja, hier liegt die ganze Wäsche rum. Ist das auch so ein Wäschekorb? Nö, oder? Das ist doch ein Mülleimer. Ich will die Wäsche nicht. Wie kriege ich dann die weg? Aber bevor sie da oben das macht, soll sie mal hier unten das wegwerfen. Und dann werde ich gleich für hier unten noch einen Staubsauger kaufen. Roy Palm ruft an. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja, also gut, ich habe mich verliebt. Äh, nö. Lass uns einfach nur Freunde sein. Wir dürfen nicht. Bella ist sehr hungrig, okay. Aber wir gehen trotzdem jetzt erst einmal schnell ins Baumenü und machen hier unten noch einen Staubsauger hin. So, ich habe gleich noch, äh, Esstisch gekauft. Und jetzt gucke ich mal im Haushaltsinventar, da haben wir dieses Waschmittel. Vielleicht ist das deswegen, dass das immer noch so ist. Und jetzt gucke ich mal noch, dass wir gleich die Klamotten wegschmeißen noch können. So, vielleicht habe ich ja Glück. Und das war's. Und wir können jetzt ohne diesen Zeug da auskommen. So, Odette erntet hier noch. Jetzt sieht der Garten auch wieder fröhlicher aus oder freundlicher aus. Also, das war eine super Idee, den Geldbaum hierher zu holen, weil da haben wir wenigsten Geld und können uns so Stück für Stück alles kaufen, was wir brauchen. So, sie räumt jetzt noch im Wohnzimmer auf. Ach so, und unseren Staubsauger können wir gleich noch einstellen. Automatisch reinigen und alle zwölf Stunden. Und dann starten wir das mal. So, und dann kannst du dich um deine Kinderlein kümmern. So, wie sieht's bei denen aus? Okay, alle wach und allen geht's nicht gut. Wobei wir hier ja... Hier geht's. Er möchte schlafen. Billy hat Hunger. Da muss er natürlich Billy gleich füttern, weil Hunger ist nicht... So, und wie geht's uns? Och, du liebe Zeit. Bella muss er auch füttern. Mach mal, komm, ich hab dir schon geholfen. Und dann musst du nämlich Bella baden. Bella schläft. Na toll, kann sie nicht machen. Und sie ist schon wieder gelb, also wir haben noch einiges zu tun. So, wie geht's unserem Etrien? Etrien, hast du... Was machst du? Okay. Er hört Musik. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, sehr schön. Dann tun wir mal hier den Schmetterling raus. Und was brauchst du für deine Schule? Okay, er hat schon Level 2 einer Fähigkeit. Ja, dann kann der sich vergnügen, der kleine Mann. Er ist traurig. Ach, wir haben wieder mal einen Verlust in der Familie und ein miserabler Schultag. Ach, du armes Bisschen. Unser armer Etrien. Aber seine Hausaufgaben macht er schön. So. Die anderen schlafen. Odette, das ist deine Chance. Oder machst du sie jetzt wach? So, sie nimmt ihn nochmal und schafft ihn ins Bett, oder? Weiß nicht so richtig, wohin. Ach, sie wickelt ihn von sich aus. Sehr gut. Wie ist denn das eigentlich mit ihrer Erziehungsfähigkeit? Geht die gar nicht mehr hoch? Sieben. Die erlernt keine Fähigkeiten. Irgendwo stimmt doch da was nicht, oder? Nino ruft an. Odette, danke, dass du mir vorgeschlagen hast. Ja, bitte. So, kannst du ihn jetzt mal bitte hier absetzen? Und können wir vielleicht jetzt mal hier so ein Zeug machen? So, so, äh, Bauchzeit verbringen oder so? Zusammen Bauchzeit verbringen. Macht das doch mal. Und wie schaut das aus? Süß. Aha. Aber ihr Lieben, mit diesem schönen Bild werde ich die heutige Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Denn in dieser nächsten Folge werden unsere Säuglinge zu Toddlern werden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss und ciao. Ciao. Ciao.